Und damit nach einer ganz kurzen Pause von knapp einem halben Jahr. Willkommen zurück zu Witcher 1. Habe ich eventuell vergessen, wie man das Spiel spielt? Das ist durchaus möglich, ja. Ich habe irgendwas gerade gedrückt. Ich kann mich nicht bewegen. Warum kann ich mich nicht bewegen? Warum passiert nichts, wenn ich auf Escape drücke? Freddy sagte zu mir, ich soll das Spiel gefälligst mit einem Controller spielen, wie ein normaler Mensch. Das funktioniert übrigens auch nicht. Ich kann auch ausweichen. Aber ich kann mich nicht bewegen. Wir sehen uns gleich wieder. So, da sind wir wieder. Ich habe letztes Mal schon nicht verstanden, warum man hier zwischendurch lädt. Ich verstehe es heute noch nicht. Ähm. Ich musste kurz die Tastaturbelegung ändern. Ich hatte es ja auf... ...deutsche Tastaturbelegung stehen. Jetzt steht sie wieder auf Englisch. Und jetzt funktioniert es wieder. Ich hinterfrag das nicht. Okay? Ich weiß, wir haben letztes Mal hier gefightet. Und ich weiß, dass hier keine Leichen mehr sind. Und ich weiß nicht warum. Und ich weiß, dass ich wenn ich in die Richtung gehe, ein Ladebildschirm kriege aus irgendeinem Grund. Ne, scheinbar doch nicht. Okay, interessant. Ich weiß aber nicht mehr, woher wir kamen. Also wo die Höhle... Ah, hier war die Höhle. Okay. Und hier liegt... ...ein Madel? Hm. Ja, wir haben letztes Mal hier drin gefightet. Und scheinbar... ...jetzt nicht mehr. Ich glaube wir haben noch nicht wieder alle unsere Sachen wieder. Kann das? Ja genau. Sonst fehlen irgendwie Klamotten. Also nur, um euch das mal kurz... ...zu sagen. Tut mir leid, dass so lange nichts kam. Ähm... ...lag daran, dass ich irgendwie ein bisschen überfordert war mit... ...äh... ...Witcher nebenbei als Projekt. Allerdings macht mir das Spiel halt trotzdem Spaß. Und ich hatte Bock weiter zu spielen. Da hab ich mich festgelaufen, nein. Aber... ...ein bisschen. Ah ok, ich komm hier wieder hoch. Gut. Dementsprechend machen wir natürlich auch weiter. Halt nur 6 Monate später. Hab das Spiel so lange auf pausiert gestellt bei mir. Wir spielen jetzt übrigens in 4K. Ich hab keine Ahnung, ob es laggt. Das sieht flüssig aus erstmal. Rezept Wildcarts. Machen wir das nicht schon? Ich glaub das Spiel hat ein Gewichtssystem, was mir nicht gefallen hat oder so. Da sind nochmal 10.000 Sachen drin. Aber das ist alles mit unseren Klamotten, ne? Wo unsere Klamotten? Äh, das wollte ich nicht. Wie steckt man nochmal Waffe weg? Äh... Äh... Irgendwie könnte man, glaub ich, Waffe wegstecken. Aber ich bin mir nicht mehr sicher wie. Ich muss mal gucken, wie lange die folgen werden. Ich wollte eigentlich gestern schon wieder anfangen weiter zu machen. Hier waren wir übrigens in der Zettel drin. Ich meine, hier irgendwo lag unser Hab und Gut. Kann das? Nie? Ähm... Okay, ich kann da nicht runterlaufen. Ich wollte gerade kurz erstmal zwischenspeichern. Hab aber die Zwischenspeichertaste nicht gefunden. Hab ich ne Map von dem Ding hier? Ja. Die ist ja nicht so interessant. Wo Klamotten? Also warte ich ja mal Rüstung an. Okay, ich bin dumm. Jetzt blocken. Okay. Ich hab keine Ahnung, wer Waffen wegsteckt. Wir gehen jetzt erstmal raus. Ähm, haben wir ein Tagebuch? Tagebuch... Nee... Haben wir irgendwie... Was an? P... L... J... J... J ist es. Okay. Ist lange her, möchte ich kurz anmerken, ja? Ich les mich mal ganz kurz in die Sachen hier ein. Okay. Ich hab mich mal kurz, äh, in die Geschichten eingelesen. Was wir einfach gerade so zu tun haben. Und ich würde... Meine Fresse. Und ich würde sagen... Äh... War ich das Spiel... Achso, ich bin falsch hier. Äh... War ich das Spiel lange nicht gespielt hab? Fangen wir mit was einfachem an. Hoffe ich. Und zwar mit, äh... Endriagen. Zerstöre die Kokons der Endriagen und töte die Königin. Und hier sind die Schwerter, die ich gesucht hab und alles andere. Nice, dass ich doch noch geblieben bin. Schön. Weil dann krieg ich jetzt auch endlich mal ein scheiß Schwert wieder, ne? Weil das exzellente Kurzschwert kann sich auch einfach ficken. So. Waffen. Kann ich einfach nach Beste sortieren vielleicht? Okay, das ist ein Stahlschwert und das ist ein Silberschwert. Hab ich noch anderes? Das ist auch ein Stahlschwert. Äh... 10-13 ist noch mehr Schaden. Aber hat... Ja, das Ding ist ja kompletter Dreck. Stahlschwert. Okay. Perfekt. Das sind ziemlich gute Stahlschwerte. Das ist nicht so gut. Habe ich auch meine Klamotten eigentlich schon wieder? Ach, leck mich. Ist egal. Wir gehen jetzt erstmal ackern. Ackermatch jetzt hier. Ah, nochmal auf 1 drücken steckt das Schwert weg. Jetzt ist nur die Frage. Äh... Schwert. Das müsste Silberschwert sein. Okay, 1 ist Stahl, 2 Silberschwert. Gut. Wir gucken ja mal kurz auf Karte. Aktuelle Quest. Ich finde richtig, dass ich keine aktuelle Quest sehe. Ne, finde ich auch nicht richtig gut. Ist ja nicht so gut. Da bin ich richtig? Ja, das bin ich. Okay. Vielleicht machen wir... ...doch nicht die Quest. Weil ich keine Ahnung habe... Ach Gott, man kann nicht kennen. Äh, wo die scheiß Kokons sind. Ich meine, die waren da hinten irgendwo im Wald. Also irgendwo... ...hier so. Aber ich habe jetzt keine Lust mich stundenlang da umzugucken. Details, wir machen einfach was anderes. Ich würde sagen, wir machen den Troll. Problem mit dem Troll. Was ist das? Das ist markiert. Sehr schön. Problem mit dem Troll. Wir gehen mal hin. Unbewaffnet. Selbstverständlich. Wir wollen ihn ja nicht töten. Ne, er ist ja... Freund? Hoffentlich sieht er das genauso. Hallo, Herr Troll. Sind sie hier irgendwo? Nein. Herr Troll? Der Herr Troll ist nicht da. Okay. Wie kommen wir da runter? Wie komm ich da runter? Offensichtlich nicht hier. Mist. Ich habe wirklich wenig Erinnerungen an das Spiel tatsächlich. Ist halt auch wirklich lange her. Ich meine, ein halbes Jahr ist jetzt nicht unbedingt gestern. Möchte ich mal kurz anmerken. Ein halbes Jahr ist halt schon gute Zeit. Darf ich hier runter? Sieht da. Sieht mir so aus, ja? Nein. Was lag da? Also, springen. Ich kann hier doch runter. Okay, nice. Okay. Kann ich mit F5 schnell speichern? Ja. Das ist schon mal schön. Wir gehen hier einfach mal lang gucken, ja? Guten Tag Herr Troll. Sind sie hier? Hm? Oh. Was gibt es nicht? Was gibt es nicht? Übergang gibt nicht. Nur mit Schnaps. Ähm. Ja. Ich werde dich nicht für den Übergang über eine komplette Brücke zahlen. Warum sollte ich dir was bezahlen? Brücke mein. Das ist eine Ruine, keine Brücke. Du bekommst nichts. Aber du auf die Nase. Das ist ja nicht so gut. Wenn ich gehe. Der verliert die Lust. Okay. Aber der will jetzt weiter fighten, ne? Der ist jetzt wütend. Aber wenn der jetzt weiter wütend ist, macht das keinen Sinn. Dann lade ich. Ich will ihn ja nicht umbringen. Ja, ich glaube er ist nicht so... ... im Spiel laden. Ich glaube er ist nicht so glücklich. Da ist mein Spiel abgeschmiert. Ah ne. Er hat einfach nur rausgetappt. Cool. Hallo. Äh. Trollfreund, ne? Ja, ja. Ich hau dir mal nicht auf die Nase. Nein, nein. Ich verstehe auch nicht warum er sofort schnau... ...kloppen will. Was gibt es noch? Er hat keinen Schnaps. Ist ja auch wahr. Sehe ich wie ein Schankwirt aus? Kein Schnaps, kein Durchgang. Wie viele von denen laufen hier noch rum? Hä? Er laden noch mal. Wieso tappt er raus, wenn ich auf laden gehe? Äh, ich verstehe die Quest nicht. Ich kann einfach sagen, dass ich mir irgendwas nicht erinnere. Blablabla. Besonderes Anliegen. Nicht töten gegangen, sondern sein Alkoholismus. Therapieren. Die Sache wurde interessant. Ja, aber wie soll ich sie... Gut, wir machen offensichtlich nicht diese Quest. Äh, haben wir dafür einen Marker? Weil ansonsten hab ich halt legit keine Ahnung was ich tun soll. Dafür haben wir keinen Marker. Das ist sehr schade. Das will ich nicht. Haben wir dafür einen Marker? Nope. Doch, da oben. Hä? Warum waren wir eben nicht... Junge, der ist ja im Arsch der Welt. Warte mal, hatten wir für die anderen Sachen auch Marker? Und ich hab die einfach nur nicht gesehen, weil ich nicht weit genug rausgesoomt war oder so? Oder ich zu weit rausgesoomt war? Nö. Irgendwo hier? Also ich finde die Karte übrigens absoluten Dreck. Möchte ich mal kurz anmerken? Nee, okay. Gut, dann machen wir jetzt offensichtlich, äh... Malena. Gut, dafür laufen wir einmal ans andere andere Welt. Nice. Äh, hoffentlich finde ich das überhaupt. Geht zur Höhle und darf flotzern. Gleich bin ich auf der falschen Seite. Kann das? Oh. Es ist ja ärgerlich. Wie komme ich schon da wieder raus? Kann ich hier einfach hochklettern? Ja, okay. Nice. Gut. Wir haben schonmal 13 Minuten nichts gemacht. Ich bin immer wieder überzeugt von meiner Arbeit. Ich wollte übrigens eigentlich am ersten wieder mit Witcher beginnen. Allerdings hat das zeitlich nicht gepasst mit meiner Planung, äh, nichts zu tun um genau zu sein. Dementsprechend leider erst jetzt. Allerdings werde ich jetzt auch wieder versuchen, das Projekt täglich zu übrigen. Ob das funktioniert, weiß ich noch nicht. Versuchen werde ich es in jedem Fall. Wer bist du? Unterhalten. Okay. Mit dem kann ich hier überhaupt nicht unterhalten. Mit dem auch nicht. Cool. Halt schnauzen. Ein Tag wie der andere. Ich hätte ja echt gerne noch gelootet, aber leider sind die weg. Ich hab keine Ahnung warum. Ist einfach so. Leider. Klar, es ist nicht klug ein Spiel ein halbes Jahr nicht zu spielen. Das ist mir absolut bewusst. Ist aber nun mal so passiert. Kann ich schlecht ändern. Nicht? Gut. Ich hab kleine Elfen. Ist das andere auch eine Elf? Ja, könnte einer gewesen sein. Gut. Dafür, dass sie nicht gehängt wird, setzen wir uns jetzt ein. Freund, pass mal auf, ja. Ich hack dir die Rübe ab. Freund? Sei froh, dass ich mich hier... Ja, ich möchte hier raus. Okay. Nicht so geil. Äh, fuck mich maßlos ab, dass ich hier nicht einfach mein Schwert zücken und alle niederschlagen kann. Kann ich schon, ne? Ist halt dumm. Ähm, muss ich noch weiter? Damit ich dir zweimal darüber abhacken kann. Äh, hier will ich nicht hin, oder? Ich glaube, ich bin noch nie zu der Seite rausgegangen. Kann das? Muss ich erst nach hinten raus? Nicht zum aushalten, diese Fremdseuge grüßt. Viertel der Anderlinge, okay. Okay, ich glaube, ich muss hier raus und dann rechts rum. Kann das? Das wäre schon hart dämlich, muss ich zugeben. Bin mir nicht mehr sicher, ob wir überhaupt schon mal draußen waren. Übrigens, die Parts sind jetzt aktuell noch tagesaktuell. Ich nehme das hier am Montag auf für Dienstag. Und ich werde Dienstag wieder aufnehmen für Mittwoch, weil ich es zeitlich aktuell nicht anders schaffe. Eigentlich hätte ich morgen frei, aber wie die Arbeit das so will, habe ich morgen doch nicht frei. Okay. Oh Gott, leck. Und weil ich morgen nicht frei habe, kann ich heute nicht mehr aufnehmen und morgen auch nicht mehr aufnehmen. Sondern kann morgen wahrscheinlich auch wieder nur einen Part aufnehmen. Je nachdem, weil ich zuhause bin und so. Für mich hat sich die Arbeitssituation ein bisschen geändert. Und mit ein bisschen meine ich, wenn ihr nur Witcher guckt, hat sie sich komplett geändert. Aber naja. Gut. Hier soll die Höhle sein. Direkt unter uns gehe ich mal davon aus. Und das hier fällt mir nicht. Bin ich early. Wir speichern mal. Da steht noch ein Schiff. Warte mal, das Schiff, bei dem wir waren, war doch... War das das? Vielleicht war das das Schiff nicht allein doch schon mal hier. Bin ich mir jetzt nicht so 100%ig sicher. Ähm. Wie kommen wir denn hier runter? Ah, hier. Aber wir kommen hier nicht wieder hoch. Cool. Gut. Wegfindung finde ich nicht so geil, aber ich habe jetzt auch halt lange nicht gespült und so, ne? Also. Kann schon sein, dass ich mich einfach nur ein bisschen dusselig anstelle. Guten Tag. Ich habe noch nicht gekämpft. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt kämpfen will. Wir speichern nochmal. Dann gucken wir mal hier, was hier los ist. Hallo Freunde. Wir warten hier auf dich. Mach schnell. Tut ihr hier was, seid ihr tot. Möchte ich mal kurz angemerkt haben, ne? Hätte ich hier auch runter oder hoch klettern können? Nein, ich glaube nicht. Blut. Noch mehr Blut. In der Höhle sehe ich dann, von wem es stammt. Hätte ich hier noch irgendwas untersuchen können? Hm. Halten Schnauzen. Mach schnell. Ich habe doch erst ein halbes Jahr warten lassen, okay? So, ich habe nicht mehr eine Ahnung gegen was, welches Schwert gut war. Oder welcher Zauber. Ich glaube, Igni war immer ganz gut. Igni und Art waren, glaube ich, gut. Alles andere war, glaube ich, eher so optional. Hallo. Ich bin es, der Geralt von Riva. Und es ist echt lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Ich will eigentlich das Blut hier untersuchen, aber kann ich offensichtlich nicht. Äh, darauf wollte ich. Und dann auf... Ja, Igni habe ich ja schon ausgerüstet. Komm mal her. Ja, komm her. Bleib doch hier, Freund. Hallo. Ey, wie rollt man nochmal so? Okay. Also Stahlschwert nicht so gut, diese. Und ich glaube, jetzt hier gegen alle zu kämpfen, ist auch nicht so klug. Ich habe nicht gerollt, möchte ich mal anmerken. Merkt man, dass ich vielleicht seit 100 Jahren nicht gespielt habe? Okay, kann ich irgendwie kurz einen Heiltrank nehmen? Oder ging das nur irgendwie während der Kampfpause? Ich glaube, es ging nur während der Kampfpause, ne? Tränke. Tränke. Schwalbe. Kann man das auf den Schnellzüge pflegen? Also Schwalbe kann offensichtlich nicht auf den Schnellzüge pflegen, okay. Genau, können nur beim Meditieren eingenommen werden. Auch absoluter Bullshit in meinen Augen. Gab es einen Heilzauber? Nein. Ich verstehe nicht mehr, wie man sich heilt. Heilt man sich über Zeit? Man heilt sich über Zeit. Gut. Kann sein, dass ich gerade irgendwas komplett rudimentäres übersehe. Ich glaube, way to play war reinrollen, zuschlagen, rausrollen, oder? Absurdiert einfach den ganzen Schaden, der Mistkerl. Das war close. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das mit dem... Hatte man Ausdauer oder so? Ich glaube, der ist tot. Uh, das war nicht so gut. Drücken wir mal F9. F9 ist schneller. Gut. Also. Full Life vielleicht besser. Vielleicht auch besser das richtige Schwert. Und dann vielleicht nur einen oder zwei Pullen mal. Na, komm mal her, Freunde. Komm mal her. Jetzt kommt doch wieder mehr. Schade. Okay. Also kämpfen wir hier schon ein bisschen anspruchsvoller immerhin. Ich glaube, gegen die kleinen reicht auch ein einfacher Streich. Gegen die großen halt nicht. Aber irgendwie erreiche ich die nicht so gut. Ich glaube, einfach kämpfen hier ist nicht so geil. Okay. Roll dich doch bitte weg. Okay. Der wird leider immer mehr. Das war knapp. Glaube ich. Ich habe ja halt so einen dummen Return Punkt gefunden, an dem ich die halt halten kann. Ja, ich habe die Tasse nicht getroffen. Weg. Einer weniger. Ja. Wie habe ich den gerade eben nicht getroffen? Hat er absorbiert? Ah, ist absorbiert. Okay. Ja, ist schon ein bisschen gefährlich hiermit. Ah. Okay. Das hier ist schon ein bisschen anspruchsvoller mit denen zu kämpfen, muss ich sagen. Dafür, dass es der erste Fight irgendwie seit sechs Monaten ist. Gar nicht mal so geil. Ja, ich möchte gerne den aktuellen Spielstand laden. Danke. Lass mich raten, der aktuelle ist nicht der schnelle Speicherspielstand. Oh, doch. Ähm. Wie funktioniert das nochmal mit Axi? War Axi das Ding auf dem Boden? Nee. Axi war ein Blend. Quen das Ding auf dem Boden? Ja. Nee. Türen? Wie hast du mich gerade getroffen? Ich habe gerollt. Äh, so jetzt möchte ich mal kurz Irden haben und hier auf dem Boden machen, bitte. Jetzt kommt mal einer von euch her, bitte. Dann hätte ich gerne wieder Igni. Feuer. Fall. Eine falsche Richtung, okay. Junge! Was visiert er an? Was ist der Anvisi- Ich habe keine Ahnung wogegen er kämpfen will, aber nicht gegen das, auf das ich ziele. Ich weiß auch nicht mehr, ob es einen Zielmodus gab. 24 Minuten. Ich denke mal ihr könnt mir jetzt noch ein paar Minuten zugucken, wo ich Fresse kriege. Ich habe zwar gesagt, ich will nicht überziehen, aber gut. Ich möchte jetzt hier auch nicht mit nichts rausgehen, ne? Erstmal möchte ich irgendwie auf dem Boden hämmern, ne? Also hier hin. Hier hin ist schon mal gut. Glaube ich. Dann hätte ich gerne wieder Igni. Dann hätte ich gerne die ersten gepullt. rein, schlagen, raus. Und noch ein Feuer hinterher und abgeschlachtet. Na los, komm her. Jetzt habe ich Profile eingeloggt wahrscheinlich, schätze ich mal. Komm her. Äh, ne, das wollte ich haben. So, das war okay. So, das war okay. Brenne du Schlampe. Ich treffe dich nicht. Die kleine Snitch. Au. Also, dass man sich unterwegs nicht heilen kann, ist halt 10 von 10, dumm. Das macht auch den ganzen Heilscheiß aus. Ich kenne kein anderes Spiel, in dem man kämpft und sich nicht unterwegs heilen kann. Ich habe Blocken komplett vergessen, ne? Ich glaube, ich habe die ganzen Blocken komplett außer Acht gelassen. Okay. Ja, das war jetzt nicht so schlug. Hauptproblem ist glaube ich wirklich, dass es so viele sind. Wüsste ich jetzt aber nicht, was ich... Also klar, ich kann die halt übel einzeln da raus pullen, von Anfang an. Also erstmal hätte ich gern irden. Für irden machen wir so ein Ding hier hin, wollen weg. Holen uns Igni. Ja, komm mal her. Kleine Krähe. So, den fackeln wir ab. Den fackeln wir auch ab. Problem ist, an dieser Kante kann ich halt auch nicht richtig kämpfen mit denen. Aber ich kann die halt einfach abtackeln. Über Zeit. Das funktioniert halt gar nicht so gut zugegeben. Gut, ich meine, ich bin ausgewichen, aber okay. Was macht der entscheiden, wenn er mich schlägt? Junge, das bringt ja überhaupt nichts. Also merke, blocken bringt überhaupt nichts. Nein! Ah, er führt halt erst die Schwertbewegung aus und schlägt dann zu... äh, er rollt dann weg. Aber das war noch besser, glaube ich. Ich glaube, mein Problem ist, dass ich am Anfang immer zu aggressiv vorgehe. Ich muss schnell auf Quick Cloud drücken übrigens, wenn ich sterbe. Boah, er wird definitiv ein 30 Minuten dauert. Ist es nämlich schon. Cool. Ich weiß nicht mehr, ob irden hier so gut ist. Bin ich ehrlich. Ich glaube, Igni ist ja wirklich schon so das Sinnvollste. Ich möchte mal anlegen, dass ich gar nicht verstanden habe, warum der keinen Schaden gekriegt hat. Und kaum auf die Fresse gekriegt hat. Aber alles andere bringt halt gar nichts. Muss ich ja mal ehrlich zugeben. Okay, einzelne Schläge, wenn man so anvisiert hat, gehen. Okay, rechte Maustaste macht einen starken Angriff, aber der, äh, rollt dann nicht dahin noch. Wenn ich eine linke Maustaste Angriff mache, dann geht er auch all in, muss ich sagen. Ja, genau, lauf doch weg, du misset. Nein! Nee! Alter Schwede, ey. Ich würde sagen, ich kämpfe mal kurz alleine gegen die. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder, dann sind die tot. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein und tschüss!